Also ich muss sagen, die Mission hat wirklich Fun gemacht. Die war richtig geil. Ja, sollen wir jetzt auf jeden Fall wieder mit einem sprechen hier? So. Ja, guckt euch das mal an, wie viel hier noch ist, ey. Wenn ihr helfen, best ihr töten. Boah. Also das ist noch eine scheiß viel Arbeit. So, hier ist wieder ein Leuchtfeuer. Das würde ich mir gerne noch heute schnappen. Aber wir gehen jetzt hier hin. Wir machen weiter. Ist ja logisch. Die einfach in Ruhe lassen. Einfach in Ruhe lassen. Rochi, komm erst mal her. Du musst erst mal was essen. Komm mal her. Du bist ja fast tot. Komm mal her. Rochi, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Du kriegst ein Stück vom Mammut ab. So. Ein Notzeder haben wir ja jetzt mittlerweile genug. Leoparden greifen Jäger im Eisigen Norden an. Jagen sie, um ihre Zahl zu verringern. Okay. Erreiche das Jagdgebiet. Ja, kein Problem. Hallo Jagdgebiet. Er lege alle Leoparden in der Umgebung. Ah, direkt. Aua. Direkt acht Stück, Weiße. Ja. 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 Der valid在 okay. Das ist kacke. So, das erste ist blatt. Von acht. Nein, ich will keine Schlange. Da ist der nächste. Oh fuck. Erstmal schnell heilen. So. 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 Alter. So, sechs Stück erledigt. Fehlen noch zwei. Boah. Sieben. Einer noch. Wir haben es geschafft. Oh, alter Schwede. Hier. Ah, das war echt nicht mehr lustig. Aber es gibt mega viel Erfahrung. So. Eine Höhlenmission wäre jetzt auch mal nicht schlecht. Die Wände erzählen sich geschehen hier über diese Höhle. Die eine sagen hier hätten, wenn er gelebt ist, das Wasser anstieg und die Lager zerstörte. Er fordert Kletterkralle. Ja, gut. Boah, das war echt krass. Oh, noch einer. Halt die Klappe. Komm her, du feiges Ding. Boah, fuck ist der schnell. Ach, du kommst mir eh hinterher geflogen. Irgend, irgendwie da hoch. Okay. Okay, das war jetzt sehr eindeutig. Rutschi macht Platz. Da ist mal wieder eine Deicherhand. So, das kann man immer mal gebrauchen. Okay. So, da haben wir noch einen Greifhaken. So schnell gebe ich ihn hier auf. Die ganzen Nebenquests, das sind so viele. So. Okay. Okay. Oh ne, Höhle der gefrorenen Messer gefunden. Ich will da hoch jetzt. Oh, oh fuck, aua, 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 aua. Oh, aua, 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 aua. Du verarschst mich jetzt. Boah, ich dachte schon, ich finde die Eingang gar nicht hier. So. Höhle der Ertrunkenen. Die Beste kann hier nicht folgen, war wieder klar. Entkommen aus der Höhle, ja, das habe ich ja schnell geschafft. Erstmal nimm er dich mit. Ich muss jetzt mir erstmal einen Überblick verschaffen hier. Und, ups. Wer nix wagt, der nix gewinnt. Hoffentlich kommt nicht wieder ein Krokodil um die Ecke. Okay. Okay. Ah. Ah, toll. Keule kaputt. Was willst du von mir? So. Lichten hier. Fleisch. Ja, kann man immer gebrauchen. So, ich will jetzt hier mal weg. So, ich will jetzt hier mal weg. Ja. So, da muss ich hin. Ein bisschen schwingen. Und. Oder da drauf. Okay, da drauf. So. Yeah. So, mal wieder Nordschwarzstein mitnehmen. So, und dann gehen wir dann, wenn wir die Mission erledigt haben, gehen wir dann aber auch mal nach Hause. Nordgeblatt. Eben mal mitnehmen. Ich hab mal wieder irgendwas kaputt gemacht. Checkpoint. Boah. Boah. Warum leuchtet denn das hier? Ich muss aber trotzdem jetzt erstmal hoch. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Komm, falle ins Wasser. Hm. Hm 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 hm. Entkommen aus der Höhle. Ja. Da lang. Ja, ja, ja. Erstmal Luft holen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich bin. Ah Das ist doch furchtbar jetzt So, hier, Greifhaken Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich muss auf jeden Fall da hin Wo ich lang muss, habe ich schon mal verstanden Das muss ich nur noch umsetzen Drill 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, Alter, der wird mir grad von Gokodil gefressen Und ich gebe dem Kopfschuss und ist tot. Ich wollte einen Takedown machen. Boah, wie viele seid ihr denn noch? Ich glaube, heute in der Aufnahmesession ist Rekord. Boah, Alter, wo kommt die denn schon wieder her? Scheiß Krokodil. Okay, du willst das nicht anders, ne? So, jetzt habe ich so einen Überblick verloren, dass es schon scheiße ist. Boah, schon wieder eins? Scheiß Krokodil. Du wirst aber von mir gehäutet. Und eine Krokodilhaut hat man auch nicht immer. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft! Ja! Oh, lecke mich am Arsch. Dit war wirklich anstrengend. Alter Schwede. Wenn ja helfen, Befreiung. Tötet die Einbringlinge und rettet die Gefangenen. Bleibt ohne Text, sonst werden die Gefangenen hingerichtet. Befreiung. Ja komm, hauen wir dann noch hinterher. Ist ja direkt hier vorne. Man hat, hat man. Ja, 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 ich komme sofort. Ich will mal eben den Nordschwanstein einsammeln. Einig gutem halten, wenn er in einer Eishöhle befasst. Okay. Erreiche die Gefangenen. Ja, warte aber erstmal. Was seid ihr denn? Guck mal, Tauben! Lagerfeuer entdeckt. So. So, genau das, was ich wollte. Schaltra-Rast entdeckt. Gar nicht wahlen, aber dann nur so ein Scheiß. Scheiße, einer ist schon tot. Gescheitert. Zwei Gefangenen müssen überleben. Ach, scheiße. Also nochmal. Okay, ich war darauf jetzt auch nicht vorbereitet. Also ich muss erstmal auf alles scheißen. Wartet mal, hier ist das Lagerfeuer. Ich glaube, ich muss das noch entzünden, ne? Ja. Muss man entzünden, damit ich auch immer da wieder aufwache. Wenn ich sterben sollte. Was bestimmt nochmal passiert. Okay. Das ist ja auch echt. Geschafft. 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 Soll mir das jetzt auch egal sein. Und dann haben wir hier, wenn ja Befreiung, wenn ja Befreiung, wenn ja Befreiung. So, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt noch die Orte mit und dann hauen wir auch ab. Wenn wir dann eh nicht nach Hause wollen. Fragen sich schon wieder, wo unser mächtiger Taka bleibt. Wenn ja Ereignis. Ich komme auch nicht zur Ruhe. Mucke kommt. Da kommen noch mehr. So, erstmal die werden ja befreien hier den hier. Komm, die befreien wir mal. Hallo. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Hey. Mama. Teich entdeckt. So, jetzt nehmen wir noch das hier. Jägerunterschlupfbord entdeckt. Ja, so muss das. Ich will jetzt noch ein paar. Rotschi, komm mal her. Ich muss mal irgendwas essen. Ja, komm mal her. Hallo. Ja, hallo. Rotschi. Musst dich erst mit meiner Keule zählen. Oh, Alter. Braves Ding. Das Mammut lassen wir mal gepflegt in Ruhe. Die anderen drei auch? Turren. Nehmen wir gerne mit. So, was haben wir denn hier gefunden? Pa-Disu-Unterschlupf entdeckt. So, suchen und retten. Such nach vermissten Venias und rette sie. Ne, wir gehen jetzt nach Hause. Haben wir noch genug zu tun? So, jetzt müssen wir erstmal gucken. 2700 Schritte. Jawoll. Läuft. Also, wir müssen jetzt erstmal mit Koga reden. Der mal wieder sonst wo lauert. Und lungert. Winja Brashtar. Ja, ja, ja. Karush. Ach, Karush heißt er, ja. Koga. Heiha Saguana. Heiha Saguana. Toll. Toll. Nicht mehr heute. Ich will jetzt mal eben seine Hütte auschecken. Nur noch Norton. Nur noch Norton. Dann haben wir den auch fertig. So, dann müssen wir nochmal hier, ähm, 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 ähm. Hütte. Da fehlt noch genug. Seltene Hirschhaut. Also, bis wir die auf Upgrade, Upgraded haben. Dauert noch. Jetzt müssen wir einmal bei Sila. Hau doch mal ab. Sila gucken. Da fehlt noch Mammuthaut. Also, wir müssen noch zwei Mammuts killen. Dann gibt's ein Nahrungsrezept für volle Gesundheit. Nahrungsrezept für ultimative Booster. Du findest jeden Tag seltene Gegenstände. Und 3000 Erfahrungen. Okay, Mammuts. Nimm uns, muss ich dran denken, das beim nächsten Mal zu machen. Jetzt guck ich mal meine Höhle an. Dachsfell. Okay, ein Dachsfell. Tensei müsste fertig sein, wenn ich jetzt nicht irre, ne? Der kleine Spinner hier. Der wird nämlich auch nicht mehr angezeigt. Der ist fertig. So, gut. Dann gehen wir jetzt, äh... Schlafen. Von der ganzen Reise müssen wir uns erstmal erholen. Aber wir machen natürlich vorher noch das hier. Also, ich muss... Blut von Oros. Tobsuchtssplitter. Davon habe ich genug. Und ein seltenes Nordgelblatt. Haben wir das fertig? Nordceter 12. Nordton... Das will ich noch nicht machen. Ich will erstmal upgraden. Was ist das hier? Langbogen. Uh, ein Langbogen. Aber ich will die Nordton hier noch nicht verschwenden. Das mache ich jetzt hier. Die zweihändige Keule. Und dann... Zweihändige Keufe, wo du so großen Schaden im Nahen umfällen kannst. Die sind schwer und langsam. Also wird in der Angriff hier mit bedacht. Aber egal. So. Ich will den Ton noch behalten. Ich will ja erstmal die Hütten upgraden. Das ist mir viel wichtiger. Sondern wir haben jetzt 5 Punkte. Halte beim Zielen rechts gedrückt, um Tiere zu markieren. Funktioniert bei Keulen, Bögen und Sperren. Die Markierungen sind permanent. Aha. Was ist das hier? Stelle 2 Pfeile statt 1 im Waffenrad her. Die dafür mit dem Anzug auf den Wachstabbeln... Haben muss. Stelle 4 Pfeile statt 2 her. Reduziert die Geräusche während des Sprinten und Gens massiv. Das ist sehr wichtig eigentlich, ne? Bestienreiter. Reite mehr Bestien, nachdem du sie gezähmt hast. Säbelzahntiger und Blutfangen. Säbelzahn. Braunbär. Hm. Ne, aber ich will erstmal hier... Sprinten leiser machen. Also wie gesagt, das hier mach ich erstmal noch nicht. Ich will erstmal noch ein paar Mammuts sammeln und auch ein bisschen Thron sammeln. Das heißt, wir gehen... Waffenwechsel. Du hast gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Du kannst mehrere Waffen des selben Typs in deinem Handwerksmenü freigeschalten. Hals in Kugel drückt, um das Waffenrad zu öffnen und zwischen Waffen des selben Typs zu wechseln. Wähle eine Waffe und drücke... Hoch oder runter und zwischen... Ah. Gucken wir mal. Zweihändige Keule. Keule. Das heißt, wir sind jetzt noch stärker. Boah, guck dir mal die Keule an. Jetzt hat der Papa eine große Keule. Der Papa hat eine große Keule. So. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Far Cry Primal. Und dann versuchen wir die restlichen Hütten hier abzugraden. Und noch mal einige Missionen mehr zu machen. Wir gehen natürlich wieder hier hinten zurück, weil hier ist noch eine Menge Thron. Ich will noch Thron sammeln. Damit wir das hier fertig abgegradet bekommen. Also hier werden wir uns das nächste Mal wieder aufhalten. Das werde ich mal hier die Zwarsche Höhle ausposten. Das werde ich mal googeln, wo das ist. Was ich da jetzt genau machen muss, weil ich den ja haben will. Und dann machen wir uns hier wieder auf den Weg hier. Machen jetzt beim nächsten Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, ich glaube, wenn wir es schaffen, sieben Sidequests. Die Außenposten hier und das Leuchtfeuer. Und Karosch den Krieger. Und das hier ist ja immer noch die Hauptquest, aber dazu kommen wir ja irgendwie nie. Und für mich ist halt wichtig, dass wir das hier abgegradet kriegen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Far Cry Primal. Bis dann, alles Gute. Tschüss.